Heute sind wir in Wirtzhaus Spessart, hier ist eine schöne Anlage und hier kann man sehen die Papageien, die erzählen gerade, die Papageien. Hier, gehen wir mal weiter. Wow, das sind die Seelen, so wie Nasenbeeren. Das haben wir auch gesehen an dem Bugatsu Wasserfeld, da waren die auch. So, gehen wir mal weiter, hier sind die Haufenvögel. Hasen, weiße Hasen, interessant. Die Gänse ist draußen. Hier, da oben. Hier, der dieser Papage. Hier sieht die Älter aus. Schauen wir mal, wo wohin er auch sieht. Und jetzt? Hallo, die dicke Schildbröde. Oh, eine große Schildbröde. Hallo Schildbröde, ne? Bist du Hallo zu uns? Tschüss. Hallo. Schauen wir mal andere Perspektive. Hallo Schildbröde. Das ist schön, ne? Da hinten die. Hier ist es ziemlich heiß. So ist es hier. Okay. Gut. Wunderbar. Und zum Abschuss gehen wir noch zu dem. Und dann hier. So ist es hier. schönen Wohnen hier. Die wir empfangen werden. Im heißen. Und das ganze. El Jardin, Alemania, der Deutsche Garten. Ja.